Auf Monster-Extermination. Oh Junge, bald kommt die Base-Zeit für Acht-Mission. Das wird richtig geil. Dann wird es auch allmählich schwerer. Junge, ich glaube, ich gehe zur EDF. Junge. Du musst doch warten, bis die Dunen ganz oben sind. Du musst warten, bis die Wohnungen steigen. Das ist für die EDF, der beitritt. Nee, ich gehe schon vorhin, damit ich mich hocharbeiten kann, damit ich so Dings bekomme. Fenster-Ausrüstung. Und dann nehme ich es immer mit in die Stadt. Dann gehe ich damit einkaufen. Der Einkaufswahr in ihm selbst. Dann gehe ich damit in die Kanacken-Viertel. Junge, die Air Raider-Rassen. Dann kommen die anderen versuchen, mich abzustechen, aber passiert nichts. Oh, uff. Was ist denn du gegen eine Horde Dings? Von diesen Camps, komm einfach an. Stell dir zu, außen nichts. Das hat nicht mal einen Sinn oder so. Es ist einfach in der Umgebung. Was kann da tun wir eigentlich? Das habe ich bisher noch gar nicht richtig verstanden. Du tötest einen Monster. Und wir helfen den Menschen. Ach so, ja cool. Stimmt. Ich würde aber auch irgendeine Ausrüstung nehmen. Oh ja. Da muss man, da muss man in Thailand leben davon. Ich will den Gang. Die verfehlen einfach. Oder? Oder? Alles reinlocken. Nein, kann ich nicht. Junge, fliegt alles in die Luft. Hälfte meiner Schüsse gerne Fleisch. Jetzt wissen Sie, wie stark Phobos ist. Rot ist tot. Was Rot ist tot? Das auch. Uff. Roten Ameisen. Deswegen wollen die ja noch immer fressen. Die haben halt selber nichts zu essen. Das macht schon Sinn. Sie müssen sich ein paar teilen mit den anderen Ameisen. Jo, die Mission spielt sich auch mal wieder sehr schnell. Die schwarzen Ameisen haben alle Fahrräder geklaut oder hast du mal eins hier gesehen? Nein, aber die Autos stehen noch alle da. Das ist den zu steuern. Oder hast du Polnische gesehen? Polnische Ameisen. Röp. Röp. Hu 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 hu. Arculus. Uff. Hörten wir den jetzt? Nö. Der scheiß Arculus, der dumme Bastard. Er kommt jedes Mal wieder. Die Verwunden sind wirklich komplett. Und dann kommt er wieder. Das ist ein Teil vorher. Da haben wir die Fische wenigstens mal langsam getötet. Aber der Junge ist schon wenigstens geführt dreimal wiedergekommen, nachdem wir den fast getötet haben. Er kommt jedes Mal verletzt wieder. Boah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber ich wurde gerade von Dings getroffen. Vom Elb. Ja, oder so. Ruf, 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 ruf. No, no. Meatballs. Seid neustach. Wieso? Ich komme zu dir, ich werde dich wieder bedenken. Lange der nicht gleich Mama Mia macht. Nö, ich glaube nicht. Du verbisst sie sogar ein bisschen. Ja. Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia. Oh, no. Oh, Alter. No, Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia. Ich bin komplett tot. Der hat es umkreist und mich ringsherum gelegt. Das ist so ein Witz. Hey. Hey. Yeah. Hey. 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 Meinst du, der hat einen hohen Daze-Armor-Wert, wenn man mit kleinen Sachen draufschießt, kommt da kaum was von Damage durch? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das Spiel ist nicht so komplex. Nee. Ja, mach die Moose, relaxen. Und du stehst auf mich drauf. Ich glaube, dieses Mal hörten wir den, oder? Das ist wieder nur eine Mission für diesen Hurensohn. Wir fangen mit irgendwas an und dann, ach, ja, Mama Mia neben mir gelandet, ich komme nicht weg. Na, ich bin sowas im Tod. Ach. Wir haben einen Plan, um Oculus zu verletzen. Also erst rollt er mich um, ich komme gerade noch so raus, überleben und dann überein neben mir, Mama Mia. Hör zu. Du. Ich hab nichts gehört. Was? Also Regenländisch ist die großen Roboter? Hm, ein paar Personen noch. Oh, dann wechsle ich wieder auf Air Raider zu sehen. Ja, der hört auch schon auf der Lendweg. Ja, wozu hat man überhaupt ein Laservisier auf seiner Pumpgun drauf, wenn man in nicht meinen First Person zuckt. Ja.